Herzlich Willkommen zum alternativen Ende. Ich bin Kiki und die anderen kennt ihr ja. Genau, wir haben das Schiff nicht zerstört. Wir haben es nicht zerstört. Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz zeigen, wie es früher aussah. Das Spiel. Das Spiel. Interessant. Vielleicht kannst du das so erst mal zeigen? Genau. Also man kann hier... Die Geräusche sind zum Beispiel auch ganz anders. Zeig doch mal an die Hühner. Die Hühner. Ah, hier unten. Genau. Das ist das Witzigste überhaupt. Wir gehen jetzt erstmal in den Keller. Die Hühner. Dann nehmen wir pick up. Ein Huhn. Wunderschön, nicht wahr? So viel zur Bildung. Jetzt gehen wir einfach raus und gucken, was passiert wäre, wenn wir das Schiff nicht in die Luft gesprengt hätten. wo müsste ich drin sein? Kroo, hier gibt es Grimmfandango. Da gibt es Grimmfandango. Ah ja! Grimmfandango gibt es Grimmfandango. Da ist Grimmfandango. Hier geht es später, dann kommt Chronistisch. Hier geht es später. Das habe ich geschafft! Ich hab die Rute! wow look he's not kidding! here it is! hallo, ja hallo, ja hallo na 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 der alte Cap ist noch kein Saum genau, da musste man selber lesen, liebe Kinder ah, ah, ah aha liebe Kinder, so sah das früher aus aha ok, hallo nette Affen nice monkey mhm, jetzt haben wir jetzt so, dann wieder in die Höhe rein und dann, genau dann gehen wir wieder aha und dann schon ein bisschen ich schmecke mein Malphia genau okay 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 taste of root beer, you evil spirit you'll never find out about the ship tell me where the ghost ship is hm if I tell you, would you wish not to... jaja okay, I promise ah, oh, ah na gut ah, ach so okay, ich muss versprechen, ja? genau mhm ähm ehm what happened to the ship the ship if I tell you, that you promise not to hurt you ah, na gut, ich, 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 ich sie schon i, ich sie schon ich sie schon versprechen okay, I promise okay 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 oh, okay okay Was ist der Wettbewerb? Was ist der Wettbewerb? Trademark! Wo ist die Wettbewerb? Trademark! Trademark? Trademark? Was? Ah, das ist die Crew! Ah! Die Crew ist also da! So sagen die? Trademark! Trademark! Okay See you, Bob! Okay Okay! Nooo! Recuerde que tienes que agarrar la botella rápido Nooo! 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 Hey, tienes que ver tan viejo! Es un verde cómico! Nooo! Good to see you, son! Nooo! Nooo! Das sah sehr nett aus! Nooo! Nooo! So, jetzt sind wir bei Stan! Genau! Und wir schnappen uns jetzt schnell die Flasche, wenn wir gleich aus dem Automaten rauskommen! Ja, genau! Okay! Okay! Nein! Oh! 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 Das ist blöd! Oh! Okay, nochmal! Ja! Ja! André! Aha! Nochmal! Oh! Okay! Oh! Tötenlechak! Sehr nett! Umgesetzt! Auf Wiedersehen! Und ein instant replay! Noch mal! Boom! Okay! Trademark! Aha! So sah Feuerwerk damals aus. Gut. Jetzt Finale. Oh. So sahara kremling. Was sahara kremling. Was sahara kremling. Ah. Stan kremling. Ah! Den hat man vergessen, hm? Ah! Er ist immer noch auf der Insel. Oh, der Arme. Arme, Arme. Das war toll. Das war 3 mal. Zahlt nicht mehr als 50 Mark weg, bitte. Zahlt nie mehr als 50 Mark weg. Das war das alternative Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!